Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comaik. Es wird Zeit ein Fazit zu ziehen zur Trockenlegung unseres Kellers, die ich ja vor einem guten Jahr vollzogen habe. Ich habe die Wände mit einer neuen Horizontalsperre ausgestattet und euch versprochen, dass ich euch ein Feedback gebe, ob diese Injektionscreme tatsächlich funktioniert. Heute ist es soweit, ich nehme euch mit, ich zeige euch das Ergebnis nach einem Dreivierteljahr. Seid gespannt, was aus der Wand geworden ist. Im Januar diesen Jahres habe ich die Wand in diesem Kellerbereich trockengelegt. Das Gebäude, in dem ich mich befinde, wurde um das Jahr 1900 gebaut, steht direkt in der Erde, hat kein massives Fundament und die Wände sind demzufolge nach unten nicht wirklich abgedichtet. Ich habe um das Haus herum eine Drainage gezogen, dass keine weitere Feuchtigkeit nachkommt. Aber dieses Gebäude steht nun mal mitten in einer Lehmgrube und wenn es stark regnet, so wie auch jetzt die letzten Wochen wieder, dann sammelt sich das Wasser und findet seinen Weg in die Wände. Aus diesem Grund habe ich die Wände im Gebäude nach und nach trockengelegt, nicht nur von außen, sondern direkt auch in den Wänden. Ich habe Injektionslösungen mit den Flaschen ausprobiert, ich habe Injektionslösungen mit den Sticks ausprobiert und hier in unserem Spa-Bereich habe ich die Injektionscreme verwendet. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das Zeug überhaupt in die Wand reinbekommen habe, dann schaut mal oben in die Ecke, dort verlinke ich euch das Video vom Einbau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 heute geht es aber nicht um den einbau sondern um das ergebnis im januar gemacht jetzt geht es strikt auf den november zu also gute neun monate sind vergangen und es wird zeit für ein fazit außer der injektionscreme habe ich an den wänden bisher noch nichts weiter gemacht und ihr seht die wände sind nach wie vor befreit von der farbe hier im unteren bereich und auch hier hinten in dem bereich sieht er nach wie vor diese ausblühungen die damals sich ergeben haben als die feuchtigkeit durch die wände nach oben gezogen ist hier ausgedünstet ist und die salze und dergleichen die sind in der wand geblieben auf den ersten blick wenn ihr das ganze vergleicht mit dem ursprünglichen video sieht das doch ein wenig schlimmer aus aber die aussalzung hat doch nachgelassen das ganze ist auch spürbar was man sehr schön sehen kann sind die bohrlöcher die ich hier unten eingebracht habe die hatte ich ursprünglich komplett verschlossen mit ungefähr zwei zentimetern dicke mit diesem fertig reparaturmörtel im laufe der zeit beziehungsweise innerhalb der ersten zwei wochen hat sich dieser mörtel doch recht stark zusammengezogen so dass hier kleine kuhlen beziehungsweise die löcher sich wieder freigegeben haben die löcher werde ich natürlich wieder erneut schließen ordentlich zuspachteln bevor das ganze hier weitergeht was kann man noch sehen ich hoffe man kann es gut erkennen aus der entfernung dass um die löcher herum sich eine art aura gebildet hat ein feuchtigkeitsfleck dieser bereich ist trocken der ist nicht nass aber in diesem bereich hat sich meiner meinung nach diese flüssigkeit verteilt die flüssigkeit wurde ja direkt in die lagerfugen eingebracht und konnte von hier aus in der waagerechten horizontalen sich im mauerwerk verteilen man sieht sehr schön dass die wände auch hier oben eine art fleck bekommen haben eine art aura das habe ich das erste mal gemerkt als wir vor ungefähr drei vier wochen die sauna mal wieder in betrieb genommen haben hier unten doch kräftig hoch geheizt haben außen temperatur in temperatur war zuvor bei ungefähr 15 grad gewesen und durch die dusche war die luftfeuchtigkeit zusätzlich erfüllt die wände haben die feuchtigkeit relativ gut aufgenommen und hier an diesem bereich konnte man sehr gut erkennen dass hier irgendetwas ganz ganz anders funktioniert man konnte direkt auch die lagerfugen erkennen die waren nämlich etwas heller als die ziegelsteine abgebildet meiner meinung nach gibt das das bild wieder dass die lagerfugen selber überhaupt keine feuchtigkeit mehr aufnehmen und die ziegelsteine durch die luftfeuchtigkeit in der wand doch irgendwo noch die feuchtigkeit ziehen aber aus der luft und nicht aus dem boden doch mein bauchgefühl ist das eine haben sich die werte wirklich verändert oder ist das einfach nur eine macke weil ich mir doch den preis den ich hier investiert habe schön reden will testen wir es einfach ich habe immer noch mein feuchtigkeits messgerät das ist das gleiche gerät was ich bereits im ersten video verwendet habe das gerät verlinke ich euch wieder unter dem video wenn ihr das ganze nachkaufen wollt ich aktiviere das gerät ich kalibriere das gerät mit einem klick und dann hatte ich direkt beim einbringen der injektions lösung überall die werte die ich damals hatte mit aufgeschrieben und wenn ich nun einfach mal hier in diesem bereich auf gehe seht ihr aus dem 49 sind 52 prozent geworden doch etwas mehr hier drüben von 59 auf 41 deutlich weniger von 58 auf 49 50 also die werte haben sich in diesen bereichen schon gebessert und hier oben wo ich auch 50er werte hatte hat sich das ganze jetzt bei 53 eingepegelt bedeutet hier an der wand hat sich gar nicht so viel getan es hat im januar sehr viel geregnet war draußen noch deutlich kälter es hat jetzt aktuell doch sehr viel geregnet also auch wenn das klima sich deutlich besser anfühlt die werte geben gar keine besserung her doch wie sieht es jetzt hier an der großen wand aus an der wetterseite hier dieser bereich wird direkt vom regen getroffen da sind die werte ursprünglich doch deutlich höher gewesen mit 82 68 prozent wenn ich jetzt hier einfach mal auf die markierung gehe sind die werte immer noch höher als an der anderen wand aber deutlich niedriger als zuvor die 82 prozent haben sich reduziert auf 60,9 die 86 prozent hier haben sich reduziert auf 71 70 ungefähr das sind immer noch werte die sind deutlich zu hoch 78 auf 58 aber ich denke man kann sehr gut erkennen dass speziell in diesem bereich doch der trend erkennbar ist und die feuchtigkeit sich nach und nach in den wänden reduziert hat ich habe natürlich nicht nur die feuchtigkeit in den wänden mit diesem messgerät ausgelesen sondern natürlich auch die luftfeuchtigkeit hier im raum und nach wie vor habe ich mein tabo feuchtigkeitsmesser aktuell seht ihr hier 15 grad mit 72 prozent relativer luftfeuchtigkeit insgesamt hat sich dieser wert auch hier in der luft messbar verbessert was ich hier auch sehr schön beobachten konnte ist der bereich an dem die ausblühungen stattfinden der hat sich weiter nach unten verschoben ursprünglich waren die ausblühungen in diesem bereich nun haben sie sich ungefähr zehn zentimeter tiefer angesammelt auch hier ist das ganze zu sehen die alten schicht ging hier herum die neue ist etwas tiefer hier das gleiche spiel was man nach wie vor sehr gut sehen kann diese ausblühungen machen natürlich dreck sie machen schmutz egal ob ich über die wände drüber fahre oder nicht es fällt nach unten es sammelt sich hier an also perfekt ist das ganze nach wie vor nicht aus diesem grund will ich diese wände auch weiter behandeln als nächstes kommt hier eine dichtstelle aufgetragen und dann kommt hier eine wandheizung und zwar eine elektrische wandheizung infrarot bereich die im mikrometer bereich dünne folie wird auf die wand aufgeklebt auf gespachtelt wird über ein travor angeschlossen und soll den raum erwärmen und gleichzeitig natürlich auch die wand da bin ich mal gespannt ob das tatsächlich funktioniert scheint eine interessante lösung zu sein und hier in dem bereich kann ich das ganze mal testen was kann ich noch als fazit mit geben klar meine ängste waren gewesen wenn ich die wände nun absperre und keine feuchtigkeit mehr von unten durch kommt die feuchtigkeit an sich die ist ja nicht weg die ist dann eben nur woanders meine ängste waren daher gewesen dass die feuchtigkeit hier in den bereich unterhalb des sockels vielleicht schon heraus kommt unterhalb der bohrlöcher dass mir dieser fliesenrand ab platzt aber nirgends wo in diesem gesamten bereich haben sich irgendwo neue feuchtigkeitsflecken ergeben oder lockerung im mauerwerk dass zum beispiel die fliesen heruntergefallen wäre aber was ich gemerkt habe ist der bereich links des letzten bohrlochs hier hinter meiner revisions wand dort habe ich keine injektions creme eingebracht das letzte loch ist ja tatsächlich dieses hier und wenn ich jetzt weiter in die wand hineingehe das sind ungefähr 30 40 cm dort hinten ist die feuchtigkeit nach wie vor da dort ist sie auch gegeben deswegen habe ich auf der anderen seite der wand dort auch lüftungslöcher eingebracht und werde diesen bereich ebenfalls noch mit einer neuen zusätzlichen horizontalsperre behandeln müssen denn das wasser was hier nicht hoch kommt hat sich nun seine wege links und rechts gesucht und irgendwo muss es natürlich raus da ich von außen nichts mehr machen kann denn da habe ich alles gemacht muss ich sehen dass ich die wände auf diesem weg trocken bekommen übrigens wenn euch das projekt interessiert wenn ihr was wissen wollt zu dem projekt ich beantworte gerne eure fragen schreibt mir doch einfach mal in die kommentare was euch interessiert und schreibt mir vor allen dingen auch welche erfahrungen ihr gesammelt habt welche konzepte ihr umgesetzt habt denn auch ich möchte von euch lernen und freue mich auf den regen austausch und wenn ihr einmal dabei seid unter dem video zu schauen dann guckt doch mal in die video beschreibung dort verlinke ich euch nicht nur die anderen projekte von mir sondern auch die produkte die ich hier verwendet habe denn ihr wisst das ganze zeug kostet geld ich setze euch meine produkt links hier ein gleicher preis für euch und eine kleine provision für mich und meinen kanal denn so komme ich voran so finanziere ich das ganze und an der stelle bin ich bereits fertig kurz und knackig ein fazit zur trocken legung hier ich hoffe es hilft euch weiter ansonsten schreibt mir einfach vergesst nicht den daumen nach oben wenn euch das video gefallen hat abonniert meinen kanal wenn es noch nicht getan hat denn ich habe viele weitere projekte vor und freue mich wenn ihr dabei seid bis dahin macht's gut bis zum nächsten video ciao